Weiter geht's hier. Ähm... Ja. So, Mission abgeschlossen. Er ist weggeschnetzelt. Das kriege ich. Kommandant Ansehler wird beim Aufheben gebunden. Kommt für... Hä? Okay. Braucht ihr Hilfe? Maxwell Tyrosus ist mit wichtigen Neuigkeiten zurückgekehrt. Erstens, er hat eine Überlebende gefunden. Sie erholen sich gerade in der Kapelle. Unter ihnen war auch Kommandant Ansehler. Sie ist nicht nur ein erfahrener Paläne, sondern auch eine große Lehrmeisterin. Zweitens, das soll Tyrosus euch selbst erzählen. Kommandantin Ansehler ist eine erfahrene Kriegsheldin und Lehrerin. Sie hat viele unserer tapfersten Ritter ausgewählt. Er entspricht mit dir und rekrutiert einen Truppknappen. Seid vorsichtig. Zu eurem Diensten. Seid gegrüßt, Hochlord. Ich habe eine dringende Nachricht für euch. Während meiner Expedition zur verheerten Küste habe ich mit eigenen Augen ein auffällig leuchtendes Objekt aus dem Teufelssturm auftauchen sehen. Es raste auf die Küste von Suramar zu und schlug eine Schneise durch den Sturm selbst. Ich fühlte eine unglaubliche Welle der Macht, bevor es hinter dem Horizont verschwand. Wir sollten unverzüglich Erzmager Katka davon erzählen. Dann macht das! Möge das Licht euch stärken. Wo soll ich hier hin? Äh? Warum soll ich hier hin? Das Licht sei mit euch. Hm. Stehe ich schon wieder nicht? Was ist denn das? Bildet knapp mal aus. Das ist so. Bildet knapp mal aus. Äh. Ja, wie? Wo? Das? Ich drehe die Feuerkurve. Nein, nein, nein. Man sieht sich. Ich drehe die Feuerkurve. Ich drehe die Feuerkurve. Was muss ich denn jetzt hier machen? Das ist er? Schön euch zu sehen. Bildet ein Trupp aus. Der hat Champions auf die Mission begleiten. Und ihre Volksschutz alle rekrutieren. Hab ich das jetzt? Arbeitsauftrag abholbereit, das? Achso. Mögen eure Reisen sicher sein. Okay, das habe ich. Jetzt kommt hier der Dungeon. Hoffentlich ist die Gruppe wieder so über krass. Ehre dem König Freund. Gut, dass diese Knappen werden uns im Kampf eine große Hilfe sein. Quest Ben. Eine neue Mission erfordert eure Aufmerksamkeit. Hochlord Schnappel Herdweiler wurde von einer kleinen Dämon am Meer angegriffen. Sie wollen zweifellos unsere Stärke und Entschlossenheit auf die Probe stellen. Oh. Ah, wieder das. So, was sagen die Level? Ja, um anscheinend nichts zu sagen. Komm, sehe ich denn das Item Level nicht immer? Lange habe ich die Ankunft furchtloser Champions erwartet. Seht die Hallen der Tapferkeit. Ah, der hat auch ganz viel Lila, ey. Oh, herrlich. Was hat der an? Trachten. Oh, 770. Seid ihr würdig? Soll die Aegis von Agramar euch gehören. Oh. 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 Oh mein Gott. Warum ist... Was ist das? Warum ist das nicht ganz unten? Oh. Scheiße. Oh. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh. Die unwürdigen werden fallen. Okay, wir haben keinen Übertüben. Das ist nicht so schade. Das ist nicht so schade. Das Blut der Unwilden wird durch diese Heile fließen. Okay, das hätte auch nicht die Fingerlohne jetzt geben. Oh ja, ich möchte auch was loofen. Vor euch liegt eure nächste Prüfung. Besiegt Hürja und Henry. Beweist mir, dass ihr würdig seid. Im Tool? Im Tool heißt das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach. Please, Heilung. Alter, ist der wahnsinnig? Was ist das für ein Kackheiler? 109. Okay, mich muss immer erinnern, dass ich gleich dieses Add-On installiere. Adds Kicken Stunnen, please. Ich konnte irgendwie Stunnen, äh, beginnen das nochmal. Nur mit dem? Oder hatte ich auch was anderes? Alter! Ich konnte doch nur damit unterbrechen, ne? Nee. Verdammt. Nein, das wird ein Zauberer. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss mehr heran. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Alter, ich komm ja gar nicht ran an die Dinger. Aber es merkt man, wie die kämpfen, wenn die nicht wegkommen. Oder weiter gezogen werden. So wahnsinnig. Und das ist zu weit entfernt. Ich bin außerreichweite. das ist zu weit entfernt Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Da betäubt das Ziel. Okay. Tschüss. Oh, wie viel Zeit hat das? Eine Minute, vielleicht hätte ich das nicht. Mit Mut und großer Ehre erkämpfte sich Hyria ihr Recht auf dieses Heiligste aller Rituale. Nun soll sie hervorsteigen als eine meiner erwählten Wahlkühe. Und ihr Name soll ewig durch diese güldenen Gemäuer schallen. Seid ihr nervös, Hyria? Es ist verständlich, Sven. Keineswegs. Ich bin aufgeregt. Mein Leben hat einzig zu diesem glorreichen Moment getroffen. Die Worte einer wahren Wahlkühe. Sterbliche Eindringlinge. Ich war Zeuge ihrer Taten in Sturmheim. Ihresgleichen ist ohne Ehre, ohne Tug. Ich brauche ein Ziel. Kicken. Ich werde diese Hallen selbst von ihrem Makel befreien. Das Ritual ist nicht beendet. Nehmt euch der Eindringlinge an. Instanz. Das heißt Kicken. Hä? Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Zauber, Zauber. Ich weiß ja nicht genau, was die Zauber sind. Da, was ist das denn? Ja, das muss ich unterbrechen. Aave. Ja, das kann ich unterbrechen. Hütend euch. Ich muss näher heran. Hütend euch. Hütend euch. Hütend euch. Hütend euch. Hütend euch. Hütend euch. Hütend auf. Hier ja. Der Zahn des Sturms dient eurem Wort. Ich könnte das gerne auf ne Taste. Also wie komme ich da dran? Mit Steuerung? Alt... B... ... und Schiff. Fier? Oh Scheiße. 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Hütet euch Hütet euch Ich habe euch enttäuscht So ein komisches Ding Hört den von Gotti Sturmversorgten zu haben Sarten um 5% Keine Ahnung Welche ich da brauche Hier kann ich das doch auch Ups Scheiße Ich muss schnell sehen Der Schutz ist man La 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 Hier Freunde Arbeit für euch Ich bin mal kurz Unaufmerksam recht Was im Inventar suche Dann Ich habe kein Ziel Immer voraus Jetzt kommt der blöde Rumpf ja noch Ich krieg schon Der mächtige Fenrir Durchstreift dieses Gebiet Um dieses Wildtier zu töten Bedarf es Gerissenheit Und List Ein perfekter Test Für eure Würdigkeit Ich verstehe gerade nicht Wo wollen die denn hin? Ah hier in der Ecke Bekämmen wir das viel Nee Weiß es nicht so richtig Man weiß nicht so richtig Was passiert Er ist Rennzweck Das ist zu weit entfernt Ich muss zuerst etwas anvisieren Ich bin natürlich in meinen Kampf Verwickelt Oh diesmal steht er hier Was ist da mit? Jetzt habe ich die Phase Eben nach hinten bekommen Also einfach schon mit Daumen Ich habe hier komplett die Orientierung Ich habe hier komplett die Orientierung Ich habe hier nicht Wir waren doch da links Ich kann dieses Ziel nicht angreifen Ich bin außer Reichweite Ich muss näher ran Ich brauche ein Ziel Das ist zu weit entfernt Ich bin außer Reichweite Hier weg von den anderen Das habe ich gemacht Lauf weg Das wäre enfin Warte Warte Ich bin außer Reichweite Ein Beispiel Voll Sch reciai Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ihr habt meinen Segen errungen, Champions. Ich erwarte euch in der Halle des Ruhms. Vielleicht mit dem Reit jetzt mal noch schneller. Das wäre wohl nicht so. Cool, Ladebildschirm und ich renne halt in die Gegner rein. Dann kommen sie. In euren Prüfungen habt ihr Stärke, Geschick und Verstand bewiesen. Eure Klagsreihe werden durch die Ewigkeit in Halle. Nun werdet ihr euch mit ihnen messen. Seid ihr siegreich, so könnt ihr eure Trophäe beanspruchen. Ich werde euren Tod genießen. Ich muss näher ran. Ich bin außerreichbar. 何?" Wo sie gescheitert sind, werden wir beschehen! Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich habe euch unterschätzt. Dem Sieger seine Worte. Die Aegis von Agrama soll euch gehören. Toll! Nein, auch ich habe mich bewiesen, Odin. Ich bin Gottkönig Kobalt. Diese Sterblichen werden wir die Aegis nicht streitig machen. Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skowald. Wie es ihr Recht ist. Euer Protest kommt zu spät. Wenn Sie die Aegis nicht aus freien Stöcken übergeben, dann sollt ihr tot mir diesen Dienst erweisen. Gebt die Aegis auf oder sterbt! Ihr habt euch überschätzt. Ihr Zerstörer soll euch geißeln. Nun ist die Aegis an ihrem rechtmäßigen Platz. Steht eher hinterm Schild. Auch mein Schild. Ich bin schon flammend. Ich bin schon flammend. Sieg! Aus Odin, komm da runter. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen meißeln und euch eine würdige Belohnung gewähren. Belohnung. Muss man mit ihm reden oder was? Seit Äonen hatte ich keinen würdigen Gegner. Lass den Kampf beginnen! Geh jetzt! Ihr könnt euch nicht zusammen mit ihm reden. Wenn ich. Geh jetzt vorbei. Macht ja nicht nur mal diesen Kampf, Arsch. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Kann ich jetzt wieder angreifen? Ich muss näher ran. Genug. Ich gebe auf. Ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen. Nun, wie versprochen, eure gerechte Belohnung. Das war aber nicht viel. Wer huscht da so schnell rum? Was ist das? Was ist denn mit dem los? Ich bin Anführer einer Gruppe. Okay, ich glaube, ich muss den Dungeon teleportieren. Das ist gut. Und Dungeon-Gruppe verlassen. So, was will er? An Stärken mangelt es uns, gewinnt es nicht. Aber meine Geduld geht langsam zur Neige. Wir sollten unsere Champions und Trupps entsenden, um diese Bedrohung zu vernichten. Mission, Zorn und Gerechtigkeit abschließen. Trupps versetzt und eingeschlafen. Ihr könnt Erfolgsschancen erhöhen. Trupps können basierend auf ihrer Vitalität nur eine begrenzte Anzahl von Einsätzen absolvieren. Nicht gecontert, verlangsame Gegner erhöhen die Missionsdauer. Okay. Zu euren Diensten. So. Wie lange muss ich jetzt warten? Im Gange? Ach, nur vier Stunden. Das ist ja nichts. Dann warte ich doch mal hier neben dem. Nächster Angriffsspruch gewählt. Wie geht das? Da an dem Ding, ne? So. Sperrkarte. Der uralte Wald von Valshara ist die Heimat des Halbgott-Szenarios und die Wiege des Druidentums. Malfurion und Sturmgrimm ist in diese heiligen Wälder zurückgekehrt, um seinen großen Mentor zu sehen und die Tränen von Illumne wieder an sich zu nehmen. Klingt super. Annehmen. Oh. So. Jetzt Maria Katka hat uns vor kurzem Informationen über Valshara zukommen lassen. Es scheint eine gute Neuigkeit zu geben. Ihr sollt ihn so weit wie möglich auf Krasus-Landeplätzen Dalaran aussuchen. Mit den geheimen Vorstellungen eures Ohren seid ihr für euren nächsten Angriff auf die Fährten in so einem Gut vorbereitet. Aaauuuus. St.